Geld her! Banküberfall! Wer hat das eben gesagt? Also ich war das ganz bestimmt nicht. Wie hat das Leben gerade gerufen? Ich? Sie haben wohl einen Hörschaden. Was ist denn mit dem da? Meine Maske ist noch von Mummung vom 1. Mai. Also wer hat es denn jetzt gesagt? Er hier war es! Achtung! Bitte den Abstand einhalten. Ich hätte nie gedacht, dass mich jemand beim 1. Treffen schon so umhaut. Geht mir ganz genauso. Du hast so schöne Augen. Du auch. Oh. So, wer hat hier nun gerufen, Banküberfall? Der! Nein, das war ich nicht. Halt die Fresse. Wer war das? Ich nicht, Bullenschwein. Wer hat das gesagt? So was würde ich nie sagen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe hier was für dich, Susanne. Ich bin nicht Susanne. Entschuldigung, Klaus. Das war vielleicht ein Penner. Aber bitte, so was sagt man doch nicht. Ist er nicht der größte Bauchredner der Welt? Ich sage das, Penner. Penner! Wer ist denn jetzt der Bauchredner? Wir haben ein Phantombild erstellen können. Gute Arbeit. Danke. Was, Grunta? Das ist er. Ich sehe gerade, hier ist der Ausgang von diesem Internet. Ich gehe mal raus. Nein, 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 nein. Ihr bleibt hier. Ich hole den zurück. Also hier abonnieren, da unten gucken. Christoph! Christoph! Josef! Vielen Dank.